Also wird nachher sehr lustig noch. Und in welcher Richtung warst du denn heute? Warte mal ganz kurz, ich mach kurz leise. Was? In welcher Richtung warst du denn heute? Ähm, leicht, zeig dir leicht. Wie er jetzt hier zu sagen. Immer der Sonne nach. Ja, siehst du, schwer zu sagen. Das halb hat man ganz kurz. Alter, sind die gerade zwei Bäume gleichzeitig gebuchtet. So. 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 So viel Scheiße. ich wollte den auch abzupfen so ich hab schon wieder reingetan dann hau ich die noch kurz im ofen dann können wir kurz dahin gehen danach wird schon wieder abend alter normal haben wir hier haben wir das dort hier haben wir Haltbohle hier haben wir Copper tu das mal kurz unten rein deinen Ribbon Treat da hast du? ja komm raus mal kurz weg also erstmal hier lang ja gucken wir mal kurz hier rein da kann es uns interessieren naja da haben wir schon mal kurz reingeluschert aber wir haben nicht weiter reingegangen und dann hier rein dann hier hoch einmal hier quer rüber und hier drüben siehst du schon ups ja da muss man halt noch ein bisschen empfeilen hier ist es also muss ich noch ein bisschen so arbeiten sondern nicht so ganz fertig wie in der Mitte sollen dann die ganzen pipe stränge laufen und Stromdinger nach oben hin also wo die Votoverteiger auf dem Dach und oben sollte noch so eine Sortieranlage rein und sowas und ja also brauche ich schon mach mal machen kannst ja irgendwo dein Haus kannst ja mal gucken wer hat ein Hundi hinter dir da wo ich jetzt gerade bin ey das da hast du einen Knochen dabei? ne nicht dabei und wenn dann würde ich dir das eh nicht gönnen du scheiß Hund naja auf jeden Fall und wieder zurück oder? ja ich bin schon wieder da und zurückgehen zurückgehen komm an sich zu lauf 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 das werden wir nie wieder zurückfinden komm paul ist wir lang halt das ist vor dem 3d Haus ein texture Haus hättest du das besser hinbekommen? oh scheiße was ist ich bin nicht aufs Feld gefallen? ja oh alter ist jetzt da ein Stückchen war ein kaputt da wird nicht mal so ist das ganz schön jeder gerade weil die auch nicht ja da war nicht so nach reichweite des bett ist und dann noch ein bisschen wieder haken die flächen die da ein bisschen zertrampelt worden sind weiß nicht hast du nicht zertrampelt so wie das wird sorry naja egal so man kann man an dem kabel machen kreepern kreepern kreeper auf der seite kreeper auf drei uhr ach so ein monster doch klar ich bringe dich um ich hab's ja gesagt drei pfeile ja ich bin nur sehen wird feiner steckt halbe wundern der eine der guckt kreepern vor allem da der durchschluss voll rückwärts die die einen voll nun halb stecken da nur voll im herz der eine vollständigen stecken machen wieder mal da war die mir schön aus wir machen So, hier oben haben wir noch einen Kopper, sehe ich gerade, da haben wir hier oben noch einen Kopper ein Einzelner, dann werden wir das mal gucken, mal zusammenbrennen, Schieben wir erst das kurz rein und dann gleich noch das andere und dann hast du den anderen, den wir zu oben machen, nein, nein, ein Eisen, zwei Eisen, das ist die Industrialkraft-Seite, die offizielle Industrialkraft-Seite, wo wir die ganzen Sachen herbekommen und auch eine Buildcraft-Seite gibt, aber da muss ich nochmal selber noch nachforschen, auf jeden Fall die Industrialkraft-Seite wird für euch, also ganz einfach www.industrialkraft2.de ein, also auf jeden Fall ist der Link unten in der Videobeschreibung, Video, nicht in jedem, sag ich jetzt mal so, muss ich mal gucken, ob ich das in jedem ein mache, weil ich das hier einmal reinschreiben muss und, ja, also auf jeden Fall in diesem Video wird es sein, dass so ein Link im Kommentar drin steht. Auf jeden Fall, ja, ist das denn,